Sobald ich das Kung-Fu aller Superschurken besitze, wird es niemand mehr wagen, mich zu unterschätzen. Nicht einmal der Grachenkrieger. Wer ist das? Nur die mächtigste aller Verwandlungskünstlerinnen. Das Chamäleon. Wie finde ich denn dieses Das Chamäleon? Ich führe dich direkt zu ihrer Vordertür. Aber zuerst brauchen wir eine eigene Armee. Wieso sollten wir dir helfen? Wir können das Chamäleon besiegen. Gemeinsam. Gewalt, ja! Gewalt, ja! Wir beide sind uns ziemlich ähnlich, du und ich. Geh zur Seite. Ich trete mir selbst in den Hitern. Geh zum crash! Geh! Waaaah!